So, 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 da sind wir wieder. Wir waren ja letztens bei einem zweiten Boss auf, der Tsaiyuu, wenn ich mich echt recht entsinne. Und jetzt leveln wir erstmal auf. Erstmal kurz gucken. Hier war es, ne? Ja, ja, Fähigkeitenbaum. Mayday. Zuschlagen und schießen? Uh, okay. Mach mir mal, die kosten ja relativ wenig. So, sehr gut. Ähm, so, okay. Wir haben noch einige Fans. Und bam. Und bam. Perfekt. So, das sollte es mal reichen. Und dann, äh, Strategie-Raum. Da, äh, hör die neue Cliffs, äh, Lagebericht an. Okay, nee, noch nicht. Noch nicht. Wir schauen mal gerade kurz. Da. Bots. Was ist das? Spielt eine sanfte Mission und stellt eine Gesunde wieder her. Verbraucht eine Energieleiste. Nicht schlecht. Und was ist bei dir? Eins mit dem Universum und drei, zack, des Neptunes. Machen wir mal so. Hupfer. Und dann so. Ja. Und dann zum Mayday. Und dann, zack. Perfekt. Sollte passen. Gitarrenkoffer lassen wir so. Aufkleber. Oh, ein paar ist gewert. Nein. Äh. Combo, dass ich eher Sook gebe. Wir geben, äh, Sook eher den Combo-Finisher. Und Mayday erhält dann Gesundheit. Perfekt. Sollte erstmal so reichen. Und dann hören wir uns das an. Los geht's. Perfektion. Was ist das, Cliff? Spektakulärer Performance at Akusuka, YouTube. Simply impressive. Aha. Brugiatches und Hinzs waren sehr hilfreich. Ja. Was hast du für uns nächste Mal? Ich bin noch im Moment vorbereitet. Aber es gab eine Komotion in der Alli. Okay. Einer, einer. Okay. Keine Eile. Nice. Dann können wir jetzt zurück, ne? Und dann? Was hatten wir gerade? Ne. Finde die Ursache für den Aufruhr. Dann los. Kann die Sektion verlasse. Oh, ist das laut. Oh, ist das laut. Man hört mal eine Maus, ne? So, egal. Egal. So. Fertig über der Haut. Lalalalalalalala. Verständlich. Gut, na dann. Gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Oh, das haben wir noch übersehen. Warme, Junge. 125 Fans. Oh, hallo. Wer bist du? Tantchen. Tantchen, Imbissbesitzerin. Oh, ihr zwei. Hast du die Tür, um zu gehen? Ja, und mehr Zucker für mich. Kein Zucker für mich, bitte. Oh, süß. Okay, was ist das? Warte kurz. Wir gucken uns hier alles an, ne? Untersuchen. Ich weiß nicht, was diese Spur hinterlassen hat, aber ich hoffe, es ist nicht wie diese kleinen Alligator, die Sook als Kind hatte. Okay. Oh, guck mal. Hier war was versteckt. Man kann auch hier bestimmt hoch, ne? Ein bisschen. Oh, guck mal. Oh, fuck. Falsch. Nahkampfschaden, Stufe 2. Perfekt. Können wir direkt später weitergehen. So, na dann. Finden wir die Ursache. Oh, hallo. Sammy, Radio DJ. Mayday and Zouk. I've been waiting. Ooh, for what? Oh, where are my manners? I'm Zam. I heard about your gig with the DJ and saw what you did at Akusuka. I gotta say, I'm thrilled to see your efforts to make a change. Simply inspirational. Thanks, Zam. Why don't you join us in the stand against NSR? Interesting that you should say so. I'm currently starting my brand new radio channel for the occasion. Oh, that's cool. Our preparation's going. It was going fine until the place was reclaimed just the other day. It'll take some time for me to recover my equipment and set up a new broadcasting booth. You need a place? Why don't you come over to our pad? We happen to have some extra space. Can I? Really? What do you say, Zouk? Sure thing. The more the merrier. Awesome! I'll get Sam and Fam up in a jiffy and have you guys on it soon. Oh, that's very good. So, a moment. Dann schauen wir da mal. Find the Ursache. Wir haben noch ein bisschen Energie, da können wir mal einige, ne? Einige Stellen halt wieder mit Sachbüffel. Und hier ist es zu, okay? Hier geht's anscheinend wieder neu lang. Okay. Oh, den kennen wir doch. Mal letztes Mal. Ja. Hab ich direkt erkannt. Hat der Kopfhörer raus? Wui, yo. Macam bro. Oh, brother. Eh, eh. Dah ada awe baru, bro. So fast. Berapa ramai perempuan kau pikirkan sekaranglah, ha? Hehehe. Missy. Nama ku DK West. Eh, wah. Read my bayang super guide. Eh, wah. Dulu dan kini hebat selamanya. Eh, wah. Dan satu lagi, aku pun sebenarnya Zook punya... Oh, brother. Exactly. Zook's big brother. Salam perkenalan. Awak ni mesti made it. Oh. So this is your brother? How come you don't share his accent? Well, I don't know. How come your hair is yellow? What's that got to do with... West, what are you doing here? Oh, tak ada apa. Cuma kongsi aja dengan orang kat sini apa erti muzik sebenar. Real music? Kau betul nak buat hal kat sini? Sekarang? Huwee. Kau selalu macam tu. Angry only. Aku lupa birthday kau. You angry. Tak jawab mesej kau. You angry. Aku jual drum set kau. You angry. Eh, jangan macam tu lah. Stop it, West. You're disrupting our music revolution, man. We've got tons of things to do and I don't have time to play around with you. You understand? Eh, relax bro. Relax. Kalau kau nak fans kau balik, senang je. Tunjukkan mereka siapa lebih hebat. Hadap aku di... E-e-e-e-e-e-e-e-wah! Rat Battle! I said I don't have time to play. Okay, lah. Aku pagi chui la gi fans kau. Ah! Fine, then. Let's get this over with. Ha! Ha! Chai-ya-la! Oh Gott, Technik, L&R, was? Oh, ich muss beides ganz gradieren. Wenn du siehst du in der Schule, he was constantly out of you. All he does is follow me. Like a stinkin' fly, he can't help it cause... I'm the trailblazing guy. Zook knows nothing like a baby. Everywhere he looks, he thinks maybe... I have to show him the ropes. But all he does is move. Fuck. Ach so, hä? Ach, ich muss... Warte, was? Kannst du jetzt überspringen? Da. Hashtag L&R, was? Hä? When you see Zook in school, he was constantly out of you. All he does is follow me. Like a stinkin' fly, he can't help it cause... Oh! Ich musste ausweichen anstatt alles nehmen. Muss man mir auch mal sagen, Alter. Ich dachte, man muss alles mitnehmen. Hä? Warte, was? Muss ich die Hände treffen oder nicht? Ich weiß nicht. Okay. Oh, ich darf nicht mich davon treffen. Ach so! Der rechte ist nicht... Ich musste einfach nur ausweichen die ganze Zeit. Ich verstehe es. Ich hab' mir auch nicht erklärt, du. So. Okay, ausweichen. Ich hab' verloren, ich kann's nicht... Okay. Aber jetzt verstehe ich auch, was die von mir wollen. Ich hab's die ganze Zeit nicht gecheckt, weißt du? Ich muss alles ausweichen, aber ich hab' das mit den Helden noch nicht so ganz verstanden. Nicht die Stelle, sondern die nächste Stelle. So, nur erst mal auf rechts achten. So, sehr gut. Ah, ich muss beides machen. Ich muss auf beide Seiten achten. Okay. Fuck. Sehr gut. Ich verstehe es auch endlich, wie das funktionieren soll. So. Die Musik ballert aber auch. So. So. Fahr'n, Junge. Jetzt werde ich. Sehr schön. Nachher Rookie... Well, at least I had, my friends. You only had me pretend all the way to the end. You're lucky we're even related. Cause you're my brother, if not 7, be bothered. And cause I'm the world's greatest, you can pause, go awe in my shadows, Batsk in the awesomeness. The magnificent, the one and only DK West. DK West. DK West. Please help me, Lisa. DK West, DK West. Please help me, Lisa. DK West. This is all of the fact. Oh, ein paar Minuten. Perfekt. Perfekt. Uh, das wird knapp hier. Es macht Spaß. Sehr gut. Einfach draufhalten. Sehr gut. Perfekt. Sehr schön. Wie lange geht das eigentlich noch? Ich mach die ganze fertig. Oh, fuck. He turns into a child in Beats College. Bye, bye. With all his charming ability Has now learned a hard lesson. Inhumility. Perfekt. Fertig. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, Alter, ich seh nix. Ist doch schwer allzu beobachten. Ich kann nicht schier. Wuh. Warm, junger. Sehr gut. Was passiert, wenn ich ganz da oben gehe? Okay. Das ist so schwer. Oh, fuck, Alter. Wuh. Fuck, Alter, ist das schwer. Oh, fuck, Alter. Is das schwer. Oh, fuck, Alter. was ist wenn ich das so mache jawohl wir haben ihn besiegt was ist Was ist das? Nein, du bist nicht. Du bist nicht so. Du bist so. Du bist so. Du bist so. Was ist das? Du bist so? Du hörst mich? Hey! Okay. Du bist so. Okay. Hey. Ich fühle mich viel Angst hier. Was ist zu Zouk? Der chillest Musikman in Vinyl City? Ja, ich weiß. Ich weiß. Nur der Skye ist so. Also... Aua! Okay, fangen wir wieder an der Bar an. War es das schon? Ja, das war's. Krass. Das war's. Okay. Interessant. Best. Wie. Uh. 2000 Fans mehr. Sehr gut. Na dann. Mach mir mal direkt weiter. Ja, die ganzen Sachen hier noch. Äh. Lalalalalala. Das Mini-Ultimatives Duett ist jetzt in Suche. Nice. Sehr gut. Ich komm mal direkt. Es wird durch. Ja. Es wird durch. Das Mini-Ultimative.